Moin, ich bin Philipp, bin 22 Jahre alt, komme aus Freiburg, ursprünglich geboren bin ich in Heidelberg. Meine Hauptposition ist rechter Außenbeteiliger, ich bin aber flexibel Außenbeteiliger, ich kann auch links spielen oder auf der rechten Seite. Ich würde mich als Mentalitätsspieler bezeichnen, aber definiere mein Spiel auch mit dem Ball, versuche immer wieder offensiv Lösungen zu finden, mit vielen Tempoläufen nach vorne, aber natürlich ist das Spiel gegen den Ball auch wichtig und habe da auch meine Stärken, glaube ich, im Defensiv-Zweikampf-Verhalten. Man sieht immer wieder St. Pauli-Aufkleber auf den Autos und das zeigt einfach, wie groß der Verein noch ist und wie verstreut in Deutschland oder auch weltweit, kann man sagen. Einen oder anderen Spieler kenne ich auch schon. Zum Beispiel mit Carlo bin ich aufgestiegen in die 3. Liga bei Freiburg. Mit Jannis war ich in der U19-Nationalmannschaft zusammen und sonst natürlich ein alter Bekannter hier, Johannes Flum, mit dem habe ich auch zusammengespielt und mit Kofi bei Freiburg auch. Er hat viel geschwärmt, auch gerade vom Stadion und ich glaube einfach, man merkt richtig, wenn er von St. Pauli spricht, wie toll es ihm hier gefallen hat und das hat man schon rübergebracht bekommen von ihm und ich glaube, das ist eine coole Sache. theinen die 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 die